Vor allem in ländlichen Regionen sind ältere oder weniger mobile Menschen auf Dritte angewiesen, wenn sie nicht allein sein wollen, Hilfe bei der Pflege und dem Haushalt brauchen oder einfach mal was erleben möchten. Selbst ein notwendiger Besuch beim Arzt- oder Krankenhaus kann schnell zu einem Problem werden, wenn die Familie, eingebunden in ihren Arbeitsalltag, nicht die Zeit findet, die geliebte Mutter und Oma nach einer Behandlung nach Hause oder in die Seniorenresidenz zu bringen. Der Gedanke, Menschen bei und auf ihren Wegen zu unterstützen, ist aus einer sehr persönlichen Situation erwachsen. Das liegt hauptsächlich daran, dass unsere Tochter selbstbehindert ist und im Rollstuhl sitzt. Das war zwar bei der Gründung noch nicht absehbar, aber es war absehbar, dass das passieren wird. Und dann haben wir gesagt, wir wollen eigentlich sie nicht in fremde Hände geben, sondern wir wollen selber dafür sorgen, dass sie von A nach B mit unserer Hilfe kommt. Das ist eigentlich so der Grundstein gewesen. Kranken- und Behindertenfahrten, Einweisungs- und Entlassungsfahrten, Urlauberrückführung sowie Fahrten sind dank des Krankenfahrdienstes Ostseeküste auf Rügen selbst, aber auch deutschlandweit, kein Problem. Nicht nur, dass ihnen Menschen am Herzen liegen, deren Mobilität eingeschränkt ist. Der ambulante Pflegedienst Rügen GmbH bietet ferner die Möglichkeit, je nach Pflegegrad auch im eigenen Heim fair und umsorgt zu werden. Medizinische Handreichung, Hilfe im Haushalt, Betreuung und Sensibilisierung von Angehörigen sowie vieles mehr ist Teil des Portfolios, noch dazu 24 Stunden an jedem Tag der Woche. Dieses immens hohe Versorgungslevel fing in ganz kleinem Rahmen an und hat sich seine persönliche Note bewahrt. Den Pflegedienst haben wir gegründet am 1. November 2015. Das ging eigentlich, sag ich mal, durch einen Bekanntenkreis heraus. Wir haben uns zusammengeschlossen, haben uns dann entschlossen, selbstständig zu machen, sind ziemlich klein gestartet damals, waren wirklich fünf Mitarbeiter und wurden jetzt die Jahre über immer größer, sind momentan im Pflegedienst ca. 15 Mitarbeiter. Wir arbeiten nach Bezugspflege, das bedeutet, dass praktisch jede Tour ihre Bezugspflegefachkräfte hat, wo immer die gleichen Leute hinfahren, also das wechselt dann zwischen zwei, drei Mitarbeitern, dass auch Vertrauen und eine Bindung zu dem Pflegenden praktisch besteht. Wer gern den Tag mit anderen verleben möchte, verzichtet auf den Besuch der fleißigen Bienen in ihren blauen Autos und besucht stattdessen die Tagespflege Lebensfreude in der Billrothstraße 5 in Bergen. Zwischen 8 und 16 Uhr wird hier das Miteinander gepflegt und auch ein bisschen organisiert. Einsamkeit vertrieben. Unsere Tagespflege hat 23 Plätze und wir betreuen unsere Gäste von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr. Wir legen sehr viel Wert auf gutes Essen, weil das im Alter etwas Besonderes ist. Und wir versuchen unsere Gäste nach ihrem Gesundheitszustand und ihrem Alter entsprechend zu betreuen und aber auch anzuregen, noch bestimmte Dinge zu machen. Das Leben lebendig und lebenswert gestalten und erhalten ist für den ambulanten Pflegedienst Rüben GmbH, den Krankenfahrdienst Ostseeküste und die Tagespflege Lebensfreude eine und gleichzeitig die Maxime für ihr tägliches Handeln. Untertitelung des ZDF, 2020